Die Liebe von Kate Merlan, 35, und Jakob Merlan-Jarecki geht buchstäblich unter die Haut. Im Rahmen ihrer Hochzeit im vergangenen Herbst haben sich die Temptation Island VIP, Stars neue Partner-Tattoos stechen lassen, sie tragen nun jeweils das Gesicht des anderen auf der Haut. Jetzt, da sich Kate und Jakob an ihre Tattoos gewöhnen konnten, sind sie glücklich mit den Motiven oder bereuen sie die Aktion ein bisschen? Das verraten die zwei jetzt im Promiflash-Interview. Wir sind total glücklich damit, die Tattoos sind wunderschön, stellt Jakob klar. Viele verstehen uns nicht, warum wir das machen. Aber wir stehen nun mal für maximale Liebe und da können uns noch so viele Leute eine Scheidung prophezeien wie sie wollen. Wir sind glücklich und werden es immer bleiben. Kate ergänzt, jeder von uns hat sich sein Lieblingsfoto als Motiv ausgesucht. Jakob wollte unbedingt ein älteres Foto von mir, das er schon immer geliebt hat. Ich habe eines ausgesucht, auf dem sein wunderschöner Blick besonders toll rauskommt. Waren die Tattoos damals eigentlich von langer Hand geplant? Der Schriftzug damals war spontan. Aber während des Stechens damals haben wir schon gespürt, dass uns das nicht ausreicht, erinnert sich Kate. Sie hätten mehr gewollt als nur eine blöde Zahl oder ein paar Buchstaben. Wenn, dann wollten wir das Maximum rausholen, betont die Beauty weiter. Und wer weiß, was da noch kommt, deutet ihr Liebster abschließend an.